So, Fahrt zum Bildschirm habe ich. Ich bin schon da, wa? Ich habe links oben irgendwie eine komische Anzeige. Wofür ist die? Das ist dein Sauerstoff. Cool. Ja, ich bin noch im Game-Mode. Ja, Sauerstoff, weil wir sind... Bist du dich schon? Wir gehen aus dem Game-Mode raus. Ja, ich bin noch schon dabei. Hättest eine alte Frau nicht so. Was ist denn das? Eins, ne? Nee, okay. Ich schätze dich doch gar nicht. So. Wir sind... Wo sind wir eigentlich? Wir sind auf dem Mond. Oh nein. Ist es gerade Tag oder Nacht? Ja, wir sind... Wir spielen auf dem Mond, haben wir uns gedacht. Da ist die Erde. Guck mal, die ist viereckig. Geil. Ich wusste schon immer, die Erde war eine Scheibe. Ihr wollt ja nie jemanden glauben. Wir gucken gerade auf euch herab. Seht ihr uns? Wink mal alle bitte nach oben. Alle bitte nach oben winken. Okay. So. Ja, wir sind auf dem Mond und wir haben hier Bücher. Ich glaube, ich habe zwei Quest-Books. Ich habe auch zwei. Sind die identisch? Ja. Ja. Wir spielen Galactic Science. Richtig? Das soll doch eine Party auch machen, ne? Warte mal. Ja, du machst das mal eben. Also wir spielen Galactic Science und müssen auf diesem Mond überleben. Mit Sauerstoff und allem drum und dran. Und ihr seht... Oh, mein Gott. Und niedriger Schwerkraft. Nein, ein Kubus. Die Welt ist ein Kubus. Ich bin mal gespannt, ob die Welt irgendwann mit der Sonne so zusammen knallt. Naja, okay. Welches Reward-Settings muss ich denn nehmen? Random Rewards oder Shared Rewards? Shared. Shared. Wir wollen die doch teilen. Oder? Jetzt sind unsere Leuchtfeier. Oh, ich sehe sie da. Da leuchtet sie. Oh, ja. Ich hätte jetzt mal eingeladen. Ich habe keine Meldung gekriegt. In dein Buch musst du reingucken. Und woher? Die Kino-Party-Window. Unter... Genau. Ja, dann ist ja alles richtig. Dann können wir jetzt anfangen. Ja. Und mit fangen wir denn an? Mit den Quests würde ich sagen. Sonst kommen wir nicht weit. Wir haben schon 4% fertig. Was war das denn? Mach eine Party oder was? Nein. Lande auf dem Mond oder so. Unclaimed Reward. Hier, Käfer. Können wir claimen. Guck mal. Ich habe was gekriegt. Ich nicht. Ich kann nicht mehr draufdrücken. Ah, das ist also Scherz. Voll. Ich darf es auch nicht kriegen. Scheiße. Dann war das falsch. Vielleicht soll ich eine neue Party machen mit... Ja, läuft bei uns. Ja, auf alle Fälle. Warte mal. Ich empfehle, so schnell wie möglich, einen Raum zu bauen, sonst habt ihr bald ein Problem. Ja, ja, wir... Ja. Easy. Rande? Das ist aber auch nicht richtig, oder? Dead Rewards? Random Rewards? Ich habe keine Ahnung. Abfülle. Was müssen wir eigentlich stellen? Keine Ahnung. Ja. Ja. Schon haben wir ein Problem. Schon geht es los. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal eben. Ja, ja, ich warte mal eben. Alles gut. Den Namen lese ich mal nicht vor. Hi. Es ist richtig. So geht es. Gibt da die Option mit beide bekommst du nicht. Okay. Es ist... Links sagt es, es ist richtig so, wie wir es haben. Wir müssen auf den Link hören. Wir sollten einen Raum bauen, wurde mir gesagt. Ich wüsste nicht, warum wir einen Raum bauen sollten, aber... Wir kriegen gleich ein Problem, wahrscheinlich mit Sauerstoff. Wir haben schon gleich ein Sauerstoff-Problem kriegen, ne? Nehme ich mal an. Ich kann noch so lange wie Sturkopf umprobiert, nochmal kurz in Gamebot 1 reingehen. Einfach nur, damit der Sauerstoff nicht weggeht. Versteht ihr sich ja, ne? Wir warten mal kurz. Was macht die Sturkopf? Die Sturkopf guckt doch irgendwas. Gut. Ich winke euch so lange. Könnt ihr zurückwinken. Winkt meinen Chat zurück. Ach, ein Zaun. Okay, ich verstehe. Steht ja auch da. Ja, wir gehen gleich in den Keller. Ganz ruhig bleiben. Wir fangen ja gerade an. So. Ja, was ist denn jetzt? Sturkopf? 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 Sturkopf habe ich mich allein gelassen. Soll ich mir einen Witz erzählen? Apfel-Ding zurück. Sehr gut. Dann kommt's wieder da. Entschuldigung. Danke, Puma, für deine Seele. Äh, hallo. Oh, ja. Ich hab das jetzt nur eben gerade geklärt. Dein Quest ist jetzt alles so richtig eingestellt. Sehr gut. Ich seh dein Chat nicht mehr. Äh, ich seh dein Chat nicht mehr. So, jetzt seh ich mir wieder. Gut. So, geht den Keller und tut es da in den Kanister. Ja, Fabe. Immer mit der Ruhe. Ja? Echt, ey. So, also erst mal auch mal mit dem Gamebot zurück. Ich hab mich mal kurz reingeschaltet. Ich hab'n anklemmt Reward. Was ist denn der Käfer da oben, oder was? Den Käfer hab ich schon abgegeben. Der Zaun muss mindestens drei hoch, sonst rupfen wir. Auf jeden Fall hat er doch nicht alles. Ich will gar nicht wissen, was jetzt hier drüber hüpft. So. Uns wurde noch empfohlen, dass wir das Wald jetzt nochmal kurz Tag machen, weil wir ja vorher schon hier waren. Ja. Aufgrund dessen wollen wir jetzt gleich nette Freunde auftauchen, angeblich. Ja, dann machen wir Tag. Chris, ich danke dir für deinen Follow. Viel Spaß bei den versauten Blümchen. Ist ja ekelhaft. Wieso hab ich eigentlich gerade die Ermittlung gekriegt, dass ich abonniert wurde, wenn Twitch das jetzt auch gar nicht geht? Hast du keinen Helm auf, sag mal? Wieso hast denn du keinen Helm auf? Ich würd'n Helm mal aufsetzen. Wieso? Du hast keinen Glashelm auf bei mir. Ich hab keinen Glas mehr auf. Ja, solange du nicht kaputt gehst. Gut. Ich hab keinen, ich hab keinen, ich hab einen auf. Bei mir hab ich einen auf. Gut. Ja, halt, von deinem Bild her hast du keinen auf. Wahrscheinlich wegen dem Grillen-Dingsen. Keine Ahnung. Der Hausmeister an meiner Schule fährt leidenschaftlich gerne, hd-Defizien, nennst sich hd-Bernd und hat Aggression gegen Kinder und Jugendliche. Was hältst du davon? Was hältst du davon, Sturi? Ich möchte mich dazu nichts äußern. Wieso? Ist das dein Kollege? Das Zeug fliegt weg, ich kann's gar nicht einsammeln. Woher? Äh, musst du es hin? Da ist es hin. Ich bau's jetzt von oben ab. Ich wollt' nur jetzt nochmal, wenn hier gleich böse Sachen passieren, hier einfach erstmal zumachen, damit wir gucken können. Du wolltest doch einmal noch Tank machen, oder nicht? Soll ich? Ja, mach einmal, wir haben ja jetzt hier lang rumgeredet. Was machen wir mit den Sachen, die wir gekriegt haben hier? Weiß ich nicht. Na gut, jetzt ist es halt wieder Tag. Ja, also erstmal, wir fangen es an. Ist es Tag, wie man sieht? Natürlich. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier so ein komisches Mikroskop, schön. Wir haben hier einen Raum hier hinten. Und Sand. Und Sand, ja. Ich hab, wie gesagt, noch kein bisschen dieses Mod-Pack gespielt, noch kein Stück. Und wir haben Keller. Hier im Keller gibt es einen Star-Harvester, aha. Oh Gott, ich hab draufgeklickt, ich hab's kaputt gemacht. Was hast du noch rausgenommen? Ich weiß es nicht. Äh. Äh, hier. Das ist ein Star-Container, hab ich rausgenommen. Warte mal, ich hab auch irgendwas gelesen mit Star-Container. Oh, ich hab ne Quest beendet. Was soll ich? Ja, da. Power-Up, complete. Ich war. Nimmst du die Bone Crook, oder nimmst du das Dirt? Ich würd den Dirt bevorzugen, weil ne Crook kann man sich immer noch aus Holz machen. Alles klar. Hab ich genommen. Das kann ja immer nur einer die Quest annehmen, ist ja voll fies. Hab ich dir das angenommen, anstatt du? Oh, Entschuldigung. Ja, ist ja wurscht. Wir können uns ja absprechen. Ja, ja, müssen wir. Ich hab das da mal wieder reingesetzt, vorsichtshalber. No Star in Place. Wir können dann einen Stern von uns reinhauen, ne? Ich hab ja einen Stern. Was passiert dann? Dann, dann mach mal. Ah, und was passiert jetzt? Waffers. Oh, guck mal, Particles! Ah! Oxygen-Kollector. Die werden eingesogen. Also gut, die machen Sauerstoff von dem Baum, der da steht. Ja? Genau. Und ich glaub, das ist so ein Strom-Dingsen hier einfach. Das ist einfach Strom. Ja. Und wenn wir keinen Stern mehr haben, dann ist es vorbei, ja? Genau. Cool. Okay, gut. Was macht das Ding hier? Ah, der kompresst das. Da kann man wahrscheinlich die Sauerstoffflasche reinpacken, wenn man gerade mal out of Sauerstoff ist. Denk ich mal. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir genug Sauerstoff produzieren für uns beide. So, was wollen wir jetzt machen? Wir müssen, ähm, mal ins Questbuch schauen. Holz hacken müssen wir. Ja, dann hack du doch den Baum um am besten. Ich hacke. Moonturf, 0 von 20. Alles klar, was ist denn Moonturf? Oh, Feuerwerk! Ich hab drei. Davon brauchen wir wahrscheinlich noch mehr. Ich baue mal eben Scherwicht ab. Hast du dich auch schon welche abgebaut? Die habe ich. Dag, danke. Mein Geburtstag ist das aber morgen. Ich streame mein Geburtstag rein. Also du musst bis morgen da bleiben, bis morgen früh und dann mehr gratulieren. Uh, ich hab einen Apfel gekriegt. Gib mir mal. Da kann ich. Nee, gib mir mal eine Erde, bitte. Was willst du? Erde? Ich möchte gerne eine Erde finden. Eine einzige nur. Beeman, 8-0-9-1. Ich danke dir für dein Follow. Viel Spaß bei den versauten Blumen. Das wirst du noch früh genug mitkriegen. Warum? Versaute Blumen sind das deine Anhänger, ja? Ja. Sind davon welche Seelen los? Nein, ich hatte sie schon fast alle rübergeschickt zu dir. Achso, also sind es fast alle Seelen los. Passt. Nina passt jetzt auf. Ich hab heute nicht Geburtstag, ich hab erst morgen Geburtstag, wie gesagt. Ich streame schön locker fucking rein in meinen Geburtstag. Kann ich eigentlich auch wieder einen Apfelbaum aus dem Apfel machen? Nein, natürlich nicht. Na gut. Dann eben nicht. Na dann nicht, ne? Ich hab mal ein Quest abgegeben. Das mit den 20 Moonturfs, ne? Ich mach mal eben ne Wooden-Ex. Wie soll man machen? Haben wir hier schon irgendein Crafting-Table? Nein, natürlich nicht. Ich hab 128 Limestone gekriegt. Nur falls du mal irgendwelche Baumaterialien brauchst, ich hab Limestone. Oh, sehr schön. Was war das für eine Rakete? Ich hab Benchmarking getrieben. Alles klar. Solche Baum waschen lassen hier? Eigentlich brauchen wir mehr Holz, weil ich hab ja hier jede Menge Bohnenmehl. Würde ich sagen, ja. Mach mal. Dann hau ich mal drauf. Hast du ne Axt oder sowas? Ich mach jetzt grad ne Axt. Okay. Uah, hier darf man nicht springen. Ich weiß schon. Da ist ein großer Baum geworden. Hast du eventuell noch ein Zapling? Hier. Die kommen dir entgegen geflogen. Das sieht so lustig aus. Riemann ist auch schon seelenlos. So, festfertig. Ich krieg sogar ne Holzachse dafür. Yay. Welchen Rewardback soll ich nehmen? Ah, ich nehm den ganz rechten. Dieser Sound, wenn man die Quest erledigt, die ist so irrekackenlaut. Hier, guck mal. Ich krieg ne Axt. Ich krieg ne Axt? War geil. Ja, ich nehm den hier gleich. Zack. Die beiden wollen mir lasse ich einfach so wachsen und die anderen filmen einfach so. Oder weißt du? Oder... Ach Quatsch, eigentlich kann ich den mal so wachsen lassen. Nee, ist egal. Ach so, okay. Was denn? Ich dachte denn gerade, ich hau mit der Steinax jetzt gerade 30.000 mal drauf. Achtung, es regnet Holz. Cool. Geht das mit der Holzachse hier nicht so wirklich, ne? Oder? Nee. Dauert das nur ewig. Ich glaub. Ach nee, hau einfach öfters drauf. Dann ist nämlich der ganze Baum weg. Ja, ich haue. Cool. Hinter dir. Ja, ja, lass mich nur dein Baum wieder zum Wachsen bringen. Kann's weitermachen. Oh mein Gott. Das ist so wichtig, dass wir den gekriegt haben. Aus dem Reward weg. Ich hab ne Schüssel gekriegt. Oh, der ist ultra wichtig. Der ist mehr als wichtig. Ja. Was würden wir ohne machen? Wenn der Star aufgebraucht ist, lauft, liebe. Der explodiert. Wir sollen unbedingt dringend ne Mauer bauen. Ne Mauer an den Zaun, oder was denn jetzt? Weil hier soll's nachts nicht so nett sein, hab ich gehört. Ja, sollen wir einen Zaun oder ne Mauer bauen? Ich hab das noch nicht ganz verstanden. Mauer. Aus welchem Material ist ja ganz egal, oder? Eben, ich denke mal. Aber das müssen wir da nur um unseren Eingang drum herum bauen, oder? Erstmal. Ja. Denk ich mal. Haha. Aha. Soll ich wieder wachsen lassen? Noch? Eben noch ein bisschen. Oh, oh, me over this. Ja, ich hab noch über einen Stick. Anderthalb 6 hab ich noch. Dann lassen wir das jetzt erst mal. Dann fällen wir den Ballen wir noch von uns an und dann. Ja. Wo's playstream nicht? Ne, playstream nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß, der hat morgen auch Geburtstag, aber. Das stimmt nicht. So. Mal dieses ganze Einsammer. Was ist das da? Was denn? Kann man das essen? Oh, Sammauer sollen wir bauen. Wir fallen am Meteor. Naja, gut. Will es drei hoch, damit die Mobs nicht drüber springen. Das hab ich jetzt auch schon verstanden. Weißt du was? Dann baue ich jetzt erst mal zwei Pickaxen. Mach mal. Ich hab aber genug Limestone. Ich könnte dann das Limestone bauen, die Mauer. Ja, dann mach das schon mal. Okay. Ich baue jetzt erst mal zwei Pickaxen. Ach, wie es immer noch nicht reicht. Kann man hier unsere Base quasi als... Naja, komm, ich mach's einfach so, wie ich meine, dass ich es machen müsste. Es muss mindestens drei vom Boden hoch sein, nehme ich mal an. Das heißt, wir werden erst mal hier unser Raumkapsel überall dementsprechend erhöhen. Das muss wieder weg. Toll. Ich hab ja... Mit der Pickaxen musst du mal einen Mondstand erschlagen da hinten. Einen Lämmsturm da hinten. Ja.